So, Mahlzeit ihr da draußen. Weitere Runde Half-Life Opposing Force. Und es gefällt mir sehr, gar nicht, was hier für Geräusche herrschen. Aber Bazooka nehmen wir gerne mit. Moment. Ich muss mal kurz ein bisschen... Das Audio hier ein bisschen leiser drehen auf meinem Headset. Oh, hallo. Ah, schöne Stille. So will ich das doch haben. Hallo? Ja, da hinten, da können wir nichts machen. Okay. Aber da haben wir abgestellt. Komm mal jetzt da rein, oder wie, oder wat? Oder da rüber? Muss ich jetzt hier auf dem Ding da... ...stolzieren, oder wat? Oder wie, oder wie, oder wat? Ja, wie, oder wat? Ich glaube, das muss ich tun, ne? Äh... So, dann schauen wir mal, ne? Ob das so geht, wie ich mir das da denke, ne? Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Nischt. Dann mal rein in die gute Stube. Da kommt doch gleich irgendwas um die Ecke geschissert. Ja. Hau ab. Ganz toll. Das ist super eingeparkt. Ja. Dead, dead. Na wunderbar. Dead, dead. Du schon wieder? Ja. Daumen hoch. Immer irgendwas, was richtig doll Aua macht? Da hab ich auch nicht mehr so viel. Okay. Der wär weg. Da war doch noch irgendwo einer. Weg. Herrschaftszeiten noch mal. Immer muss ich niesen, wenn ich den neu... Da rennen wir zu viel von diesen Kollegen hier rum. Das gefällt mir nischt. Hallo? 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 Black Ops? Oh, 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 oh. Er hat mich erblicket. Ha. Ja. Aber ich hab da was für dich. Ja. Ich hab da was ganz Besonderes. Ja, 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 ja. Ja, toll. So. Habt ihr gesagt, ich hab was Tolles für dich. Ja, klasse. Dankeschön. Freut mich auch. Es rennen hier ja noch Black Ops rum. Das gefällt mir nicht. Das ist hier Black Ops hier unten. Ah. Hm? Hm, hm. Der da oben, der ist auch tot. Lebst du noch? Warte mal. Erstmal will ich mal Kisten plündern. Oh, boing. Yeah. Paketenwerfer. Granaten. Magnumuni. Leben. Öss. Äh. Mer. Tu mir nicht weh. Das ist natürlich ein Geheimnis. Ich habe mich hier versteckt und gelauscht. Also diese Black Ops Typen, die haben so eine Art Tumpe. Ich glaube, die wollen die Basis in die Luft jagen. Verstehst du, warum die sowas tun? Nein. Nein. Okay. Bleib du mal. Kommst du mit? Ich werde einfach hier warten. Tja, er will nicht. Na schön. Oh oh. Garten werden geladen. Da rennen doch wieder so ein paar Black Ops Typen rum. Ich habe es doch so im Gefühl. Ich sehe dich. Uah. So, dich erwischt. Ah. Und dich am Mauer erwischt. Ah, ich liebe die Magnum. Magnum finde ich das Allergeilste, was es gibt. Neben dem Revolver. Ja. Ganz großes Kino hier. Jetzt mal helfen können da hinten. Irgendwas sagt mir. Hier ist noch was. Reserved Parking. Okay. Hörst du mal so nett? Hast du übergeschnappt? Ich mache die Tür erst auf, wenn jemand die Bombe entschärft. Was für eine Bombe? Ich finde hier keiner. Ich mache Sachen. Oh, wir haben zwei Granaten. Geil. Vorsicht in den Dingen. Eine falsche Bewegung. Und die ganze Anlage ist unangenehm. Aber alles Konterkontrolle. Denn einfach die Augen offen. Nur noch ein paar Zeichen. Muss ich mal ein Scharfschützengewehr? Ja, dann muss das halt eben ausreichen. Das Ding macht schöne Geräusche. Ja, sonst noch frisch im Kopf, oder? Schwein gehabt. Bombe entschärft. Was passiert, wenn ich... Nein, da schieße ich jetzt nicht drauf. Da könnte er mich mal... Da könnte er mich mal hinten rumheben. So, jetzt aber. Tür auf. Das überlege ich mir noch. Äh, nein! Ah, verdammt! Du Sack! Ja? War gar nicht so zu gucken. Macht der da hinten zu? Hat mich schon in Half-Life 1 genervt. Im Hauptspiel. Fischkopf. So, da würde ich mal sagen. Wir gehen mal da hoch. Äh. Okay, wir gehen da runter. So rum. Weltuntergang. Boah. Boah- Boah. Boah. Boah- Boah. 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 Hoho, hoho. Hoho. Knall dich ab! Ja, ha! So, uah! Natürlich! Geh weg, geh weg! Soll ich da mit? Du Sack! Okay. Los geht's! Also, alleine sind wir nicht. Du hast nicht kommen sehen, hä? Dumme Nuss. Du hast nicht kommen sehen, hä? Du hast nicht kommen sehen, hä? Du hast nicht kommen sehen, hä? Du hast nicht kommen. Ich komme weg! Komm bloß her! Uschi, eh. Alter. Ich find dich. Ah. Die Alte geht mir auf den Keks. Hab ich sie erwischt? Nee, ich hab sie nicht erwischt. Hätt ich sie erwischt, hätt ich sie jetzt. Ah. So, was ist das für ein Geräusch hier? Bedient hier was? Äh. Von da komm ich her. Okay. Die Kisten können wir kaputt machen. Oh. Kleinen Moment. Mein Hund dreht Una ab. So. Da bin ich wieder. Ja, wenn der Paketbote draußen klingelt. Ja, dann dreht mein Hund unten ab. Ach, ja. Und jetzt sitzen wir hier wieder im zappen Duser drin. Ich seh mal wieder so gut wie gar nix. Erinnert mich irgendwie an Indiana Jones hier an die Lagerhalle. So. Storage Unit 04. Uah. Uah. Blödmann. Okay Das machen wir an der Stelle Warte Ich hab noch zwei Granaten Machen wir mal so einen Krach hier, ey So Hier, friss Was, was, was? Der schießt Oh, du bist doch so ein Penner Du blöde Olle Alter, ich krieg dich Ringe, Ringe, Rei, ja Hier, friss Ist jetzt Ruhe Können wir jetzt hier weitermachen, oder? Ah Ja, da kommen hier noch mehr Ja, friss La, 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 la So Ja Ja Ich mach jetzt Ruhe Nein Gott sei Dank. Da dachte ich schon. Ich müsste jetzt eine ganze Krotz nochmal machen. So. Da komme ich natürlich so nett lang. Sehr schön. Müssen wir aber irgendwie gucken, wie wir jetzt da rüber kommen. Da hoch komme ich nicht. Ja, toll. Der schiebt mich hier weg. Wie soll ich denn da hinten hinkommen? Nase. Oh. Haha. Ich habe dich gesehen. Ja. Ey, Alter. Ich habe dich doch platt gemacht. Kasch mal, komm. Wie komme ich jetzt da hinten hin? So garantiert nicht. So. So komme ich da auch nicht hin. Meine Batterie geht gleich wieder zur Neige hier. Äh, warte mal, wir haben noch kurz, ein bisschen kurz dunkel. Dass ich meine Batterie wieder auflädt. Dann muss ich mal überlegen, wie ich da jetzt weiterkomme, ne? Ach. Ich habe selber in die Luft gejagt, der Idiot. Soll mir recht sein. So. So. Schnell, schnell, schnell. Das war ja kirre von dem Geräusch hier. Ich höre hier auch keine Granaten oder so. Okay. Vergessen, der kommt ja runter, äh, der kommt, der fährt ja hoch. Wer schießt hier? Uah. Du Blödmann. Ja, dankeschön. Hab dich auch lieb. Ich könnte mir eigentlich auch ein kleines Bildrums präsent. Runterschicken, äh, hochschicken. Warte. Warte. Ah. Alter, dann muss doch bald mal keine Granaten mehr haben, der Sack. Wenn. Dober. Oh sì. Du Blödmann. Wir besser. Non. Oh. Und Silvino. Das muss doch. Aufından. Okay. Hey. goingピruh. st�� Gabe. Warte. Beide. Ich bin forgive. Du Blödper. Ich bin nichtestones anxious. Muss ich mal den Scheiß lassen hier? Oh. Jetzt ist aber Ruhe. Boah, ist das hier laut? Jetzt ruckelt es aber wieder. Warte mal kurz, bis ich meine Batterie hier wieder aufläd. Ja, toll. Ist ja auch so leise. So. Erstmal, glaube ich, will ich hier mal ein paar Kisten noch plündern. Ja, Leben. Freudige Leben. Da freut man sich. Kann ich ja diesen blöden Duck Jump da machen oder wie oder was. Hopp. 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 Ah. Hopp. Öh. Scheiße. Scheiße. Kleiner Fischkub, ey. So. Jetzt aber. Und hopp. Ha. Geht doch. Okay. Jetzt. Wie geht's weiter? Ich rüste mich mal mit ein paar Waffen aus oder so. Oh, geil. Ich hab acht Granaten. Hoho. Da freut man sich doch. Lade schneller. Wir essen zeitig. Kugelsichere Lampen. Sehr schön. So. Jetzt. Hopp. Da rüber. Da hoch. Da kommen wir nicht lang. Aber da können wir lang. Alles klar. Ach, die können sich da unten mal lieb haben. Ich hingegen. Ich hab anderes zu tun. Ich hab nichts gebrochen. Ich hab nichts gebrochen. heißt er muss zurück hier doch kacke sieben leben rennt jetzt wieder rum oder oder wie oder schießt elmo und trifft doch gleich blöder sack so weg habe ich jetzt ruhe kann ich jetzt hier kisten plündern jetzt mal hoffen gerade jetzt muss die lamp aus gehe blöder zeitpunkt dafür die geht kaputt schade da oben komme ich nicht rein leben gott sei denn hier noch schön ist also du musst unbedingt da runter irgendwas kommt da durch und man sieht das vielleicht fix aus hat sie seitdem nicht mehr gesehen ich habe ja ein paar waffen behauptet nimm sie viel du kannst du wirst sie brauchen viel glück körper alles klar erstmal das alles hier mitnehmen das hole ich mir gleich ja ammo en masse oder wat gut das kann man nicht mitnehmen oder warte mal woher machs gut da können wir nochmal nachladen so jetzt haben wir es mitgenommen wunderbar jetzt lagen wir hier nochmal auf so gut und bevor wir jetzt da runter gehen mach ich jetzt mal ja beende ich jetzt mal die aufnahme weiß schöner cliffhanger bedanke mich trotzdem fürs zusehen ich freue mich wenn man auch wieder dabei sein wünsche euch was und sag adios jetzt heißt jetzt und jetzt einfach jetzt jetzt